Im Fußball, Sir Raphael Schäfer gegenüber BILD, ist alles machbar. Doch dem 1 FC Nürnberg schreibt der ehemalige Torhüter nur wenige Chancen auf einen erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt zu. Der 39-Jährige macht an vielen Stellen gravierende Fehler aus, weshalb es seiner Meinung nach ein riesiges Wunder benötige, um den direkten Abstieg zu verhindern. 15 Jahre lang stand Raphael Schäfer beim 1. FC Nürnberg zwischen den Pfosten. Der ehemalige Torhüter der Franken erlebte sämtliche Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre, wobei der Pokalsieg im Mai 2007 über alles andere hinausragt. Doch Schäfer erlebte auch die Schattenseiten, drei Abstiege aus der Bundesliga, 2002 03, 2007 08, 2013 14, zudem das Scheitern in der Relegation gegen Eintracht Frankfurt, 2015 2016. Fünf Jahre nach dem letzten Gang in das Unterhaus des deutschen Profifußballs feierten die Klaborer vor über einem halben Jahr die Rückkehr in die Bundesliga und legten mit acht Punkten aus sechs Spielen einen soliden Start hin. Doch seit dem 3 zu 0 über mit Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am 29. September vergangenen Jahres wartet die Mannschaft noch immer auf den dritten Sieg in der Bundesliga. In den vergangenen elf Spielen ging Nürnberg achtmal als Verlierer vom Platz, was im Umkehrschluss eine Punkteausbeute von drei Zählern bedeutet. Trotz aller Kritik bleiben Trainer Michael Kölner und Sportchef Andreas Bornemann zuversichtlich, Raphael Schäfer jedoch glaubt kaum an eine Wende in der Rückrunde, 21 Punkte brauchst du Minimum, um noch ein Wörtchen mitreden zu können. Nach den Eindrücken aus der Vorbereitung fällt es sehr schwer, noch daran zu glauben. Vor über elf Jahren gewann der erste FC Nürnberg den der FB-Pokal, laut Ex-Gieber Raphael Schäfer wäre der Klassenerhalt, stand jetzt, eine größere Sensation der Vereinhaber auf allen Ebenen Probleme, weil sie es überall nicht schaffen, es so zu machen, wie es nötig wäre. Alle machen zu viele Fehler. Auch das Torhüter-Duo um Fabian Bredlow und Christian Martinier, das immer wieder in der Kritik stand, wolle Schäfer nicht ausschließen. Aufgrund ihrer besonderen Position müssen Torhüter von allen Seiten das nötige Vertrauen spüren. Schleicht sich jedoch eine gewisse Unsicherheit ein, zu Schäfer, kommt am Ende genau das heraus, was wir jetzt am Ende haben mit Torhütern, die nicht die Leistung bringen, die für den Verein wichtig wäre. Wie ernst die Lage ist, machte er mit einem Vergleich deutlich, selbst mit einem Manuel Neuer würden wir genau die gleichen Probleme haben. Ein weiteres Problem sei die Kaderplanung der vergangenen Monate. Was die Mannschaft benötige seien Führungsspieler, oder wie Schäfer sie nennt, für die der Erfolg über allem steht. Da muss ich einem halt auch mal ganz klar die Meinung sagen und ihm im Training auch eine mitgeben, dass er auch weiß, wo es lang geht. Stattdessen mache derzeit niemand den Mund auf und übe Kritik. Es fehlen Führungsspieler, die nicht zu allem Ja und Amen sagen. Aber ich glaube, das ist so gewollt. In seiner Kritik nimmt er dabei Michael Kölner nicht aus der Schussbahn. Der 49-Jährige, der den Klub in seinem ersten Jahr als Cheftrainer gleich in die Bundesliga führte, verwunderte zuletzt mit seinen Aussagen während des Trainingslagers. So sagte er nach den beiden Tests gegen Petzwolle, 1 zu 1, und Royal Mauskron, 2 zu 1, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch wenn wir wissen, dass noch viel Sand im Getriebe war via Bild steht für eine schier unlösbaren Aufgabe. Trainer Michael Kölner Doch Kölner könne mit der Situation bislang nicht umgehen, weshalb Schäfer indirekt eine erfahrenere Lösung fordert. Allerdings sitzt der Trainer noch immer fest im Sattel, weshalb man kaum mit einer Veränderung auf der Bank rechnen darf. Dennoch dürfen die Verantwortlichen die Augen nicht vor der Realität verschließen, denn, mit gerade einmal 11 Punkten aus 17 Spielen stehen die Chancen auf eine Rettung gering. Das rettende Ufo ist zwar nur vier Punkte entfernt, doch derzeit sieht es kaum danach aus, als könne die Mannschaft zwei Siege in Folge feiern. Die Mannschaft